Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter vor acht. Es gab heute eine Menge Sonnenschein, vor allem über der Mitte und dem Süden, sogar fast den ganzen Tag über. So schön war dementsprechend heute der Blick von Überlingen über den Bodensee. Das kann man mal so richtig genießen. Weiter nördlich dagegen, so Richtung Kronenberg im Taunus, da sah man heute Mittag dann schon die ersten Schleierwolken, also sehr hohe Wolken. Dahinter folgten auch tiefhängende Wolken und die gucken wir uns jetzt mal von oben an, nämlich vom Satelliten aus. Da sehen Sie hier zum einen diese blauen hohen Wolken, die über uns hinwegzogen. Dahinter folgt dann doch ein kompakteres Wolkenband. Das gehört zu einem Frontensystem, das jetzt über uns hinwegziehen wird. Sie sehen aber auch, diese Wolken, die zerfleddern schon so ein bisschen. Das heißt, viel kommt davon im äußersten Süden gar nicht mehr an in der Nacht und Regen bringt das Ganze auch nicht. Ostfriesland hat es heute schon ein paar Tropfen gegeben, aber auf dem Weg nach Süden löst sich das Wolkenband eben auf mehr und mehr und dementsprechend wird nicht mehr viel nass ankommen. Jetzt in der Nacht haben wir es dementsprechend dann auch über der Mitte und dem Süden mehr und mehr mit dichten Wolken zu tun. Da, wo es zum Beispiel in Schleswig-Holstein etwas geregnet hat, bildet sich in der Nacht Nebel. Ansonsten lockert es auf und da, wo ab und zu die Sterne zu sehen sind, wird es auch besonders kalt sein. Dementsprechend morgen früh Temperaturen bei länger klarem Himmel minus 1 bis minus 5 Grad in höher gelegenen Regionen und nach Westen hin, da unter den etwas dichteren Wolken noch 0 bis 3 Grad. Morgen Vormittag starten wir dann mit Sonne schon im äußersten Norden. Die kompaktesten Wolken hängen über dem Süden. Von Norden her lockert es mehr und mehr auf. Zum Teil aber hält sich noch dichter Nebel, wie beispielsweise in Schleswig-Holstein. Im Laufe des Nachmittags ziehen die Wolken dann weiter nach Süden. Reste hängen noch so von Rheinland-Pfalz über Baden-Württemberg runter bis zum Bodensee. Nach Norden hin ist die Sonne häufiger dabei. Die Temperaturen steigen dann morgen Nachmittag auf Werte von meist 6 bis 13 Grad. Unter den dichten Wolken wird es nicht ganz so warm wie da, wo die Sonne längere Zeit scheint. Der Wind ist meist nur schwach unterwegs. Er dreht sich im Uhrzeigersinn um das neue Hochdruckgebiet, das sich aufbaut. An der Küste, zumindest an der Nordseeküste, wird der Wind auch mäßig zu spüren sein. Und die kommenden Tage bringen dann wieder viel Sonne. Nach Norden und Nordosten hin hängen allerdings teilweise zähe Nebel- und Hochnebelfelder, also tiefhängende Wolken. Die müssen sich erstmal auflösen. Das wird eine ziemlich zähe Angelegenheit am Donnerstag. Freitag geht es ein bisschen besser mit Sonne 11, 12 Grad, Donnerstag sogar bis zu 13 Grad. Und dann ist die Sonne eben auch für die meisten von uns häufiger zu sehen.